Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video sind wir wieder in der Matrizenrechnung und wollen uns heute mal anschauen, was die Vektormultiplikation ist, insofern wie sie funktioniert. Also ich möchte eine Matrix hier Groß A mit einem Vektor V multiplizieren. Okay, damit ich also die Vektormultiplikation durchführen kann, brauche ich also eine Matrix und einen Vektor. Und ja, ich habe hier wieder meinen Vektor Groß A genannt, also wie gesagt, meine Matrix Groß A genannt. So, Matrizen bekommen großen Buchstaben, Vektoren einen kleinen Buchstaben. Und die Vektoren haben mindestens mal in der Schule auch noch so ein Vektorpfeil oben drauf, damit man das quasi gleich erkennt, dass es sich um einen Vektor handelt und nicht um eine Zahl. Und ich habe die Einträge, hier ist eine 2x2 Matrix, ich habe die Einträge hier in Rot von der Matrix und in Blau vom Vektor. Vektor ist ja relativ einfach, da gibt es nur eine Spalte, deswegen auch V1, V2. Also ihr seht, die Einträge bekommen wir dieselben kleinen Buchstaben, wie der Buchstabe hier gewählt wurde, hier auch, hier ist ein großes A, deswegen wird ja alles kleine A's drin. Und wie gesagt, nochmal kurz zur Wiederholung, die erste Zahl sagt was darüber, ob sich dieses Element A in der ersten Zeile befindet, oder wenn eine 2 da steht, in der zweiten Zeile. Und die zweite Zahl sagt was über die Spalte, also dieses Element befindet sich in der ersten Spalte, deswegen ist die zweite Zahl hier bei beiden 1 und diese Elemente befinden sich beide in der zweiten Spalte. Okay, aber jetzt gucken wir uns mal an, wie man dann diese beiden multiplizieren kann. Also die Matrix A mit dem Vektor V. Und damit man es ein bisschen besser erkennen kann, habe ich jetzt quasi das Rote hier unten noch durch so ein Orange nochmal ergänzt, so das Blaue auch durch so ein helleres Blau, also die Elemente so ein bisschen hervorgehoben, damit man es da einfach ein kleines bisschen besser sehen kann. Okay, wenn ich also eine Matrix und ein Vektor multiplizieren möchte, dann geht das wie folgt. Ich nehme das erste Element oben links und multipliziere das mit dem ersten aus dem Vektor. Und ich nehme das zweite Element oben rechts, ihr seht das hier, A1,2, und multipliziere das mit dem zweiten Element des Vektors. Und jetzt ist es, ja, bei dem unteren so ganz klein, dass wir das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, unten links das Element, A2,1. Das wird jetzt eben auch wieder mit dem ersten Element des Vektors multipliziert. Ihr seht, wenn wir uns das erstmal anschauen, die, die ganz links stehen in der Matrix, A1,1 und A2,1, die werden mit dem ganz oben aus dem Vektor multipliziert. Und die, die rechts stehen, die beiden, A1,2 und A2,2, hier seht ihr es, die werden mit dem zweiten Element des Vektors, also wenn ich das jetzt mal so, stell dir mal vor, wir ziehen jetzt mal spaltenweise. Die erste Spalte der Matrix gilt übrigens auch, wenn es nicht eine 2x2 Matrix ist, nur die Zahl, also es gilt für jede Matrix. Die erste Spalte wird mit der ersten Zeile multipliziert. Die zweite Spalte der Matrix mit der zweiten Zeile des Vektors. So sieht es dann aus. Und daraus folgt natürlich wieder direkt eine Regel, die wir beachten müssen, oder die das Ganze ein bisschen einschränkt. Matrizen lassen sich also überhaupt nur dann mit Vektoren multiplizieren, wenn sowohl die Matrix als auch der Vektor dieselbe Anzahl an Zeilen hat. Also, ich glaube, das sieht man, ne? Stellen wir uns mal vor, der Vektor hätte jetzt noch ein V3. Dann würde ja der dritte, also das Element V3, benötigt jetzt ja auch noch irgendeine Zeile in der Matrix, mit der das multipliziert werden kann. Da sind aber keine mehr. Somit kann man es dann nicht. Das geht wirklich nur, wenn die Matrix zwei Zeilen hat und der Vektor auch zwei Zeilen hat oder zwei Einträge hat. Oft redet man da gar nicht von Zeilen. Okay, gucken wir uns das aber mal in einem Beispiel an. Und ich habe das wieder genauso eingefärbt. Wieder oben. Also, stellen wir uns vor, die Matrix, ja, doch, die Matrix A, so, hat 1, 2, 3, 4 als Einträge und dieser Vektor V hat 1, 2 und ich möchte die beiden multiplizieren. Dann nehme ich also die 1, das ist ja das erste Element, oben links, also die erste Spalte, mit der ersten Zeile. So, die 1 mal die 1. Jetzt mache ich mal die 3 als nächstes, weil es ja immer noch die erste Spalte ist. Ich nehme auch dieses Element der ersten Spalte mit da oben der ersten Zeile. 3 mal 1. Ihr seht, hier steht immer V1. Also, hier steht immer V1 und hier kommen einfach die Einträge, die zur Matrix gehören. Hier seht ihr das. Und auf der rechten Seite, ach so, ich schreibe es natürlich genau, wie da die Position, wo es hingehört. Und auf der anderen Seite stehen dann bei 2 und 4 sind genau die Einträge, die auch in der Matrix sind und ich multipliziere sie aber, weil es eben von links nach rechts gesehen die zweite Spalte ist, auch mit der zweiten Zeile. Und das ist hier eine 2. Also, 2 mal 2 und 4 mal 2. Und den brauche ich nur noch ausrechnen. 1 mal 1 ist 1, 2 mal 2 ist die 4, 3 mal die 1 ist die 3 und 2 mal die 4 oder 4 mal die 2 ist eben die 8. Ihr seht, im Vergleich zur Addition, Subtraktion oder vielleicht auch Skalarmultiplikation, guckt euch die Videos nochmal an. Ich kann oben nochmal das Video in die Info rumpfangen. Das ist doch schon ein bisschen komisch, aber ich finde, das geht eigentlich noch. Man muss sich einmal klar machen, wie das geht. Und dann kann man eigentlich auch ganz gut eine Matrix und einen Vektor multiplizieren. Okay, für dieses Video soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen.